Es ist mir eine große Freude, Sie heute in Berlin zu begrüßen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und noch einmal zur Wahl zum Premierminister zu gratulieren. Deutschland und das Vereinigte Königreich sind gute Freunde, enge Partner und vertraute Verbündete. Wir beide werden intensiv daran arbeiten, um sicherzustellen, dass diese Beziehung weiterhin gedeihen wird. Es freut mich außerordentlich, Premierminister Kirstama so bald nach seiner Amtsübernahme bereits in Berlin zu begrüßen. Deutschland und das Vereinigte Königreich pflegen eine lange und vertrauensvolle Partnerschaft, die von gemeinsamen Werten und verlässlicher Freundschaft betragen ist. Diese Zusammenarbeit werden wir hegen und pflegen zum Wohle unserer Völker, zum Wohle Europas und zur Sicherheit des transatlantischen Raums. Wir wollen es dabei nicht bei Bekenntnissen belassen, sondern unsere Beziehung auf eine ganz neue Grundlage stellen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam auf einen Vertrag hinarbeiten, der die ganze Bandbreite unserer Beziehungen reflektiert. Einen solchen Vertrag hat es zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich noch nicht gegeben. Die Zusammenarbeit unserer beiden Regierungen wollen wir auch durch Regierungskonsultationen vertiefen, die wir in ganz naher Zukunft abhalten werden. Schon heute stimmen wir uns in der täglichen Regierungsarbeit eng und vertrauensvoll miteinander ab. All das zeigt, Deutschland und Großbritannien sind besondere Partner. Gemeinsam wollen wir den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Dabei wird eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit auch eine wichtige Rolle spielen. Die Situation in der Ukraine war auch ein Thema, das uns heute beschäftigt hat. Deutschland und Großbritannien stehen fest an der Seite der Ukraine. Das sage ich ausdrücklich auch mit Blick darauf, dass zuletzt versucht worden ist, an diesem Engagement Zweifel zu sehen. Wir werden unsere finanzielle, wirtschaftliche, politische und auch militärische Unterstützung fortsetzen, solange das notwendig ist. Der Haushaltsentwurf steht für nächstes Jahr und wird 4 Milliarden Euro an militärer Hilfe für die Ukraine vorsehen. Zusätzlich stellen wir der Ukraine gemeinsam mit den G7-Staaten einen 50-Milliarden-Kredit zur Verfügung, um eine verlässliche finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. Dafür nutzen wir auch Windfall-Profits aus eingefrorenen Zentralbankvermögen Russlands. Zutiefst beunruhigt blicken wir auf die Lage im Nahen Osten und die Eskalation in der Region. Das große menschliche Leid, was wir dort seit Monaten beobachten, vergrößert sich dadurch genauso wie das Risiko eines Flächenbrands. Wir rufen alle Parteien dazu auf, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Befreiung der Geisen unverzüglich fortzusetzen. Die katastrophale humanitäre Lage in Gaza und der mangelnde Schutz von Zivilisten und humanitären Helfern besorgt mich zutiefst. Hier muss Israel mehr tun. Nicht nur in diesen außen- und sicherheitspolitischen Fragen stimmen sich unsere Regierungen eng miteinander ab. Uns ist es auch wichtig, die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien weiterzuentwickeln. Ich freue mich über die Ankündigung von Kristama, dass er einen Neustart im Verhältnis zur Europäischen Union suchen wird. Diese ausgestreckte Hand wollen wir ergreifen. Das Vereinigte Königreich war schon immer ein unverzichtbarer Teil bei der Lösung der großen Fragen, die ganz Europa betreffen. Daran hat sich nach dem Abschied aus der EU nichts geändert. Mit dem Austrittsabkommen, dem Nordirland-Protokoll, dem umfassenden Handels- und Kooperationsabkommen sowie dem Münzer-Framework besteht jetzt ein verlässlicher rechtlicher Rahmen für unsere Beziehung, den es jetzt vollständig umzusetzen wird. Ein letzter Punkt ist mir wichtig. Die Kontakte zwischen unseren Gesellschaften, zwischen Deutschen und Briten, sind nach dem Brexit und wegen der Covid-19-Pandemie massiv zurückgegangen. Das wollen wir ändern. Wer sich gut kennt, versteht sich auch besser. Kristama und ich sehen das sehr ähnlich. Und deshalb wollen wir auch auf dieser Ebene den Austausch zwischen Deutschland und Großbritannien weiter intensivieren. Herr Präsident, willkommen zu Berlin. Herr Präsident, willkommen zu Berlin. Herzlichen Dank. Olaf, herzlichen Dank. Es ist großartig, hier zu sein und leider nicht mein erster Besuch als Premierminister. Der Fußball, der Pokal ist leider nach Spanien gereist, als ich letztes Mal hier war, aber es war trotzdem eine großartige Erfahrung und ein Zeugnis der großartigen Gastfreundschaft dieser wunderbaren Nation. Danke für diese Fortsetzung des englischen Fußballtraumas. Ich habe das schon sehr oft erlebt. Ich freue mich jedoch heute hier zu sein, einen Moment der Chancen für unsere Länder. Wir haben immer über unsere Ziele für die Zukunft gesprochen, unsere Werte für Sicherheit, Wohlstand und Respekt und unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Macht der Regierung zu nutzen und in den Dienst der Menschen zu stellen. Und das ist das, was wir heute tun, ein neuer Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland, eine Gelegenheit in einer Generation etwas zu liefern für die Menschen in Großbritannien und in Deutschland. Und ein Zeugnis für die Tiefe und das Potenzial unserer Beziehungen mit tieferen Beziehungen im Bereich Wirtschaft, Technologie, Entwicklung, Menschen, der Wirtschaft, der Kultur, ein Anschub, ein neuer Impuls für unsere Handelsbeziehungen. Deutschland war bereits der zweitgrößte Handelspartner Großbritanniens in der Welt und dadurch bietet sich die Gelegenheit, Arbeitsplätze in Deutschland, aber auch im Vereinigten Königreich zu schaffen und natürlich das wichtigste Gut für unsere Länder zu liefern, nämlich wirtschaftliches Wachstum. Ich möchte klar sein, Wachstum ist die Hauptaufgabe und Hauptziel unserer Regierung und das, was wir klar sehen, ist, dass der Aufbau von Beziehungen mit unseren Partnern hier in Deutschland und in Europa essentiell ist, um das zu erreichen. Das stellt unsere Einigung heute dar, die Chancen, die wir haben. Wir werden auch die Zusammenarbeit ausbauen, wenn im Bereich gemeinsame gesellschaftliche Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich illegale Migration, denn wir können die Schmugglerbanden nicht zerschlagen ohne die Hilfe unserer Partner. Und ich bin froh, dass wir substanzielle Diskussionen über dieses Thema gehabt haben. Und wir haben uns darauf geeinigt, einen gemeinsamen Aktionsplan zu arbeiten, um das Thema illegale Migration anzugehen. Wir bekräftigen und erneuern unser Engagement im Bereich der Kallel-Gruppe und tauschen nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus. Und wir wollen aber auch zusammenarbeiten im Bereich des Kampfes gegen den Klimawandel, im Bereich Energiesicherheit. Aber wir wollen auch die Probleme, die Antriebskräfte für illegale Migration an der Wurzel anzugehen. Im Herzen dieses Vertrags wird ein neues Verteidigungsabkommen sein, eine Einigung, die auf eine bereits großartige Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung aufbaut. Wir bauen diese Beziehung weiter aus, um uns den Herausforderungen einer volatilen Welt gemeinsam zu stellen. Wir sind entschlossen, uns für die Sicherheit unserer Menschen einzusetzen und auch auf dem europäischen Kontinent einzusetzen. Und das beginnt mit unserer Unterstützung für die Ukraine. Und das haben wir auch ausführlich heute besprochen. Denn wir sind die größten Beitragszahler für die Ukraine und geben auch innerhalb der NATO in Europa sehr viel aus. Und wir wissen um die Schuld, die wir der Ukraine gegenüber haben. Die Ukraine kämpft, um sich selbst zu verteidigen, aber natürlich auch für alle Menschen in Europa. Heute haben wir also unser Engagement neu bekräftigt, die Ukraine so lange wie möglich zu unterstützen. Und wir haben auch über den Nahen Osten gesprochen. Und wir sind uns einig, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat in Übereinstimmung, in Einklang mit humanitärem Völkerrecht. Wir sehen die Notwendigkeit zur Deeskalation und zur Zurückhaltung. Und wir brauchen eine politische Lösung, basierend auf einem palästinensischen Staat, neben einem sicheren und geschützten Israel. Die einzige Möglichkeit, langfristig Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser zu schaffen, das ist natürlich kein leichtes, einfaches Ziel. Aber wir wollen dieses Ziel gemeinsam verfolgen. Denn wie heute zeigt, Großbritannien kann eigene Interessen so viel besser verteidigen, wenn wir zusammenarbeiten mit unseren Freunden und Partnern. Dieser Vertrag ist Teil eines weiteren, größeren Neustarts, basierend auf einem neuen Geist der Zusammenarbeit, mit einem gemeinsamen Verständnis. Das wird schnell entwickelt werden und wir hoffen, das abschließen zu können zum Jahresende. Großbritannien wird die gemeinsamen neuen Interessen neu finden, sich neu anknüpfen. Und Großbritannien und Deutschland haben bereits großartige Beziehungen. Wir investieren Milliarden in den jeweiligen Ländern. Tausende Arbeitsplätze entstehen durch den Handeln. Und Millionen Menschen reisen zwischen unseren Ländern hin und her, tauschen Ideen aus, arbeiten zusammen und lernen sich kennen. Heute bauen wir darauf auf. Wir sehen eine großartige, helle Zukunft für unsere beiden Länder. Beide großartige Länder, die näher aneinander heranrücken als je zuvor. Die stärksten strategischen Partner in der Welt und auf globaler Ebene. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier willkommen geheißen haben. Herzlichen Dank. Wir haben nun Zeit für zwei Fragen. Vier Fragen, zwei Fragen pro Seite. Herzlichen Dank. Herr Premierminister, die Premierminister sind nach Berlin gereist, haben um besseren Handelsstil gebeten. Wir sind nicht Teil der Zollunion, aber wir wissen, dass wir Zugeständnisse machen müssen für einen besseren Deal. Sehen Sie das und werden Sie die Freizügigkeit für junge Deutsche ermöglichen. Und Herr Bundeskanzler, unser neuer Premierminister hat über einen Neustart, wie er nur einmal in einer Generation möglich ist. Aber sieht Berlin und die Partner in Brüssel das auch so? Haben Sie Appetit auf diesen Neustart? Können wir wirklich erwarten, dass wir uns bessere Handelsbeziehungen außerhalb der EU herauspicken könnten wie Kirschen? Und ist die Freizügigkeit etwas, was Ihnen wichtig ist? Herzlichen Dank. Heute ging es um den bilateralen Vertrag, den wir ausarbeiten, den wir sehr schnell ausarbeiten wollen. Und darüber haben wir heute gesprochen. Es ist ein sehr ehrgeiziger Vertrag, der viele Themen abdenkt, erdeckt Verteidigung, Handel. Die Tatsache, dass wir uns auf die Ziele geeinigt haben und auch auf die Geschwindigkeit, ist etwas, was signifikant ist für Großbritannien und Deutschland. Deshalb habe ich gesagt, das ist die Chance, die sich einmal in einer Generation bietet, dass wir etwas in dieser Größenordnung voranbringen. Zum größeren Neustart mit Europa, da bin ich ganz klar, wir möchten einen Neustart. Ich war in der Lage, das heute wieder zu wiederholen. Ein Reset, ein Neustart mit der EU, mit Europa. Das bedeutet nicht, dass wir den Brexit umkehren oder dass wir dem Binnenmarkt oder der Zollunion wieder beitreten. Aber wir wollen engere Beziehungen im Bereich der Wirtschaft, der Verteidigung, aber auch im Bereich des Austausches. Aber wir haben keine Pläne für ein Jugend- und Mobilitätsabkommen. Aber wir haben Pläne für eine engere Zusammenarbeit im Rahmen dieses Neustarts. Die Position ist genau gleich wie vor den Wahlen. Aber was wir heute geschafft haben, ist, Fortschritte zu machen im Bereich des bilateralen Vertrages und unseren Wunsch zu bekräftigen, die Beziehungen neu zu starten mit der EU. Herzlichen Dank. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir gute Beziehungen schaffen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Das kann jeden Tag besser werden. Und alle haben ein Interesse daran. Die historische Entscheidung in Großbritannien ist gefallen. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Aber wir sind Freunde. Wir leben auf einem Kontinent aus unserer Perspektive. Und wir finden, dass es deshalb auch wirklich guten Anlass gibt, alles dafür zu tun, dass die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, aber eben auch zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, so gut wie möglich sind. All profits from the frozen Russian assets be able to be used this year in order to give them a loan to the tune of 50 billion Euro. And how big is the share of the UK and Germany? Und eine zweite Frage an Sie. Deutschland wird Mittelstreckenraketen ab 2025 stationieren. Frankreich hat Kapazitäten aufgebaut. Wie überbrücken Sie diese Lücke? Auch mit amerikanischen Waffen? Es ist so, dass wir in Napoleon beim G7-Treffen verständigt haben, dass wir eine große Unterstützung der Ukraine organisieren wollen durch einen 50-Milliarden-Kredit, den wir aus den Erträgen der eingefrorenen russischen Zentralbank-Werte refinanzieren. Das ist eine große Anstrengung, aber es ist etwas, das möglich ist und das wir jetzt schnell und zügig voranbringen wollen. Es wird intensiv an den technischen Voraussetzungen gearbeitet. Ich habe auch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission darüber gesprochen, was den Anteil Europas, dazu gehört in diesem Fall ja auch Deutschland, betrifft und wie wir das machen. Dort sind alle sehr weit fortgeschritten. Wir stimmen das mit unseren amerikanischen Freunden ab, sodass das auch zu ihren Regeln und Regularien passt. Und das Gleiche gilt dann natürlich für die Einbeziehung all derjenigen, die auch noch als Teil unserer G7-Entscheidung einen Beitrag leisten wollen, Großbritannien, Kanada und Japan. Und natürlich freuen wir uns, wenn dann später noch mehr mitmachen. Das ist die Entwicklung und in dem Sinne sind wir bei der Arbeit und glauben, dass wir bald die technischen Voraussetzungen geklärt haben werden. Herzlichen Dank. Was zu Ihrer Frage zu den Fähigkeiten betrifft, das Vereinigte Königreich zusammen mit Deutschland und Schlüsselpartnern stellen bereits Unterstützung und Waffen zur Verfügung. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, also was das Vereinigte Königreich betrifft, da gibt es keine neuen Entscheidungen, keine Veränderungen, was die Haltung betrifft und der Beitrag, den wir leisten, ist in Einklang mit den Beiträgen vor den Wahlen, denn da gab es sehr viel politischen Konsens. Wir haben natürlich auch im Rahmen unserer Diskussion heute über die Ukraine gesprochen, wir haben uns über die Herausforderungen gesprochen und wir sind wie immer entschlossen, an der Seite der Ukraine zu stehen und die Ukraine, solange es erforderlich ist, zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich dem noch so viel hinzufügen kann, zu dem, was der Kanzler bereits gesagt hat. Zum Thema Ukraine und Waffen und Herr Premierminister, gibt es amerikanische Vorbehalte, die den Einsatz bestimmter Raketen, die bis nach Russland reichen, beschränken? Und haben Sie mit dem Kanzler auch über die Nutzung von Waffen innerhalb Russlands gesprochen und Herr Bundeskanzler, ist es jetzt an der Zeit, die Einschränkungen aufzuheben, was Waffen mit Reichweite nach Russland betrifft? Vielleicht darf ich dazu kurz antworten, wie Sie wissen, haben wir Waffen und Unterstützung geleistet und in Übereinstimmung mit anderen Schlüsselpartnern wie auch Deutschland geleistet. Wir haben den Ansatz und den Rahmen unterstützt, den auch die vorherige Regierung im Vereinigten Königreich gefahren hat und wir führen diesen Ansatz fort. Also es gab keine neuen oder andere Entscheidungen. Ich werde jetzt nicht über taktische Fragen der Waffennutzung sprechen, aus offensichtlichen Gründen, aber es gab keine neuen Entscheidungen. Denn wir sprechen natürlich innerhalb der NATO, NATO-Bündnispartner weiterhin über die Ukraine und wir sehen natürlich die Notwendigkeit, die Ukraine so lange es dauert, zu unterstützen. Einer der ganz großen Unterstützer der Ukraine, in Europa leisten wir die meiste militärische Unterstützung und das werden wir auch fortsetzen. Ich habe darüber berichtet, diese Unterstützung wird noch ergänzt durch den 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir vorbereitet haben als G7 und den, an dem wir jetzt hart arbeiten. Was die Waffenlieferung betrifft, gibt es keine neuen Entscheidungen aus Deutschland. Vielen Dank Herr Premierminister, Herr Bundeskanzler, die Messerattacken von Solingen haben zu einer Debatte in Deutschland geführt, wie man irreguläre Migration besser beschränken kann. Sie haben eben angekündigt, dass es zwischen Deutschland und Großbritannien einen gemeinsamen Aktionsplan zu diesem Thema geben soll. Welche konkreten Maßnahmen kann dieser Aktionsplan enthalten? Und Herr Premierminister, welche Empfehlungen haben Sie an den Bundeskanzler aus Ihrem eigenen Umgang, Ihren Erfahrungen mit Messerattacken in Großbritannien? Und Herr Bundeskanzler, zur innenpolitischen Debatte, der Oppositionsführer Friedrich Merz hat Ihnen gestern angeboten, Gesetze auch ohne Ihre Koalitionspartner Grüne und FDP zu beschließen. Das würde gegen den Koalitionsvertrag verstoßen. Schließen Sie das deswegen kategorisch aus. Zunächst mal, wir haben uns intensiv auch über den furchtbaren Anschlag in Solingen unterhalten. Und ich bin sehr dankbar für die Solidarität und das Mitgefühl, das Herr Körn hier in unserem persönlichen Gespräch zum Ausdruck gebracht hat und das er hierher nochmal wiederholt hat. Das ist wirklich furchtbar, was dort passiert ist. Und ich werde die Gespräche, die ich mit denjenigen, die sofort auf dem Platz waren und geholfen haben, nicht vergessen, die immer noch mit ihren Gefühlen kämpfen. Weil es ja eine für viele Menschen furchtbare Situation gewesen ist, die um ihr Leben gekämpft haben, um deren Leben sie gekämpft haben. Und wir wissen, drei sind gestorben. Der mörderische Anschlag von Solingen hat eben drei Menschen das Leben gekostet. Acht weitere Opfer befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Wir trauen um die Toten und wünschen den Verletzten, dass sie schnell und vollständig gesund werden. Nach diesem Terroranschlag können und werden wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nötigen Lehren aus der schrecklichen Tat ziehen. Klar ist, wir setzen all unsere Bemühungen fort, irreguläre Migration nach Deutschland weiter zu begrenzen. Nach allem, was jetzt bekannt ist, hätte sich der Attentäter von Solingen gar nicht mehr in Deutschland befinden dürfen. Er hätte längst nach Bulgarien abgeschoben sein müssen. Wieso das durch die zuständigen Behörden nicht erfolgt ist, muss nun genau untersucht werden, auch um zu verhindern, dass sich solche Fälle in Zukunft wiederholen. Um irreguläre Migration zu begrenzen, hat die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ländern und der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat in den vergangenen zwölf Monaten eine ganze Reihe von weitreichenden Maßnahmen auf den Weg gebracht, unter anderem das Rückführungsverbesserungsgesetz. Damit sind rechtliche und bürokratische Hürden beiseite geräumt worden, die den zuständigen Behörden bei Abschiebung bislang im Wege gestanden haben. So hat die Polizei bei der Suche nach Personen, die zur Rückführung bestimmt sind, mehr Befugnisse. Sie darf zum Beispiel auf der Suche nach Personen die gesamte Unterkunft betreten. Personen dürfen auch deutlich länger in Abschiebegewahrsam genommen werden und Asylbewerber erhalten deutlich länger reduzierte Leistungen. Gleichzeitig haben wir die Kontrollen an den deutschen Grenzen massiv ausgeweitet und werden sie so lange fortsetzen, wie das möglich ist. All diese Entscheidungen zeigen Wirkung. Die Zahl derer, die irregulär nach Deutschland kommen, hat sich in diesem Jahr um mehr als ein Fünftel verringert. Die Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr hat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel im Vergleich zu 2021 sogar um 60 Prozent zugenommen. Und doch sind die Zahlen längst noch nicht so, wie sich das die Bürgerinnen und Bürger erwarten und wie ich mir das wünsche. Deshalb wird die Bundesregierung ihre Bemühungen fortsetzen, die irreguläre Migration weiter zu begrenzen. Dazu gehören auch neue gesetzliche Maßnahmen, die wir in der Bundesregierung seit dem Wochenende intensiv miteinander abstimmen. Dazu zählen insbesondere Verschärfung des Waffenrechts, Maßnahmen gegen gewaltbereiten Islamismus und aufenhaltsrechtliche Maßnahmen vor allem, um Rückführungen noch weiter zu erleichtern. Es ist ein gutes Signal, wenn die größte Oppositionspartei in einer solchen für unser Land wichtigen Frage ihre Zusammenarbeit in Aussicht gestellt hat. Diese Bereitschaft ist willkommen. Die Bundesregierung wird die nun nötigen Entscheidungen sehr zeitnah mit Vertretern der Länder und von CDU und CSU eingehend erörtern, genauso wie Vorschläge, die aus diesen Reihen eingebracht werden. Die Bundesinnenministerin wird deshalb sehr zügig jeweils einen Vertreter des Vorsitzes und Co-Vorsitzes der Ministerpräsidentenkonferenz, Vertreter der größten Oppositionspartei und involvierte Bundesressorts zu vertraulichen und zielgerichteten Gesprächen über diese Frage einladen. Das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung ist klar, die irreguläre Migration nach Deutschland weiter zu verringern. Zugleich, das wissen wir alle, bleibt Deutschland auf legale Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen. Rund 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte tragen heute zu Deutschlands Wohlstand bei. Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben. Sie sind gut integriert als Arbeitskollegen, Nachbarn und Klassenkameraden. Das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die unser Land stolz sein kann. Die Koalition hat mit der Modernisierung der Regelungen zu Arbeitskräften und ihrer Zuwanderung und zur Staatsangehörigkeit die notwendigen Grundlagen dafür geschaffen. Wer legale Zuwanderung möchte, muss irreguläre Migration begrenzen, damit das Land nicht überfordert wird. Das kann und muss gelingen, ohne internationale Abkommen, ohne das gemeinsame europäische Recht und ohne das Grundgesetz, unsere Verfassung infrage zu stellen. Darum geht es jetzt. Das sind wir den Opfern von Solingen schuldig. Danke sehr. In Bezug auf das schreckliche Attentat möchte ich mein Beileid erneut bekunden. Und meine Gedanken sind bei den Familien. Das ist eine sehr schwierige Situation zum Thema irreguläre Migration. Und dem Thema, das wir in Großbritannien haben, mit kleinen Booten, die über den Kanal kommen. Ich habe schon vor der Wahl gesagt, die Rwanda-Möglichkeiten ist eine Farce und das haben wir zurückgenommen. Aber wir müssen unsere Grenzen schützen. Ich war überzeugt, dass die beste und effektivste Art und Weise, das zu tun, die Banden zu zerschlagen, die Menschen in Gefahr bringen in Europa und im Ärmelkanal. Und ich habe gesagt, ich werde politisches Kapital investieren, damit wir mit unseren Partnern besser zusammenarbeiten können, um diese Banden zu zerschlagen. Wir haben substanziell diskutiert, wir haben uns geeinigt auf einen gemeinsamen Aktionsplan. Und das wird sich mit den Themen beschäftigen, wie zum Beispiel den Datenaustausch und gemeinsame Einsätze. Denn so können wir effektiv handeln und diesem abscheulichen Geschäft hinter dieser irregulären Migration ein Handwerk legen und verhindern, dass Menschen über den Ärmelkanal kommen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.